Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 62 und wir hatten jetzt eine etwas längere Pause und deswegen möchte ich heute das ganze Podcast-Thema natürlich wie in alter Frische auch wieder mal mit dem Wetter und mit den meteorologischen spannendsten Themen dieses Planetens einläuten. Nämlich mit der Frage, habt ihr eigentlich auch schon so Frühlingsgefühle? Also ist bei euch auch schon irgendwie die Winterstimmung passé und der Frühling und vor allen Dingen aber auch der Sommer, die warmen Tage, an denen man in den Bergen unterwegs sein kann, ist das bei euch eigentlich auch schon so am Start? Das würde mich wirklich interessieren, weil bei mir persönlich, ich muss ja sagen, ich war in den letzten zwei Wochen häufiger im Mittelgebirge als irgendwie in den letzten, ja vielleicht zwei, drei Monaten davor gefühlt, weil einfach so viel wahnsinnig spannende Sachen passieren, wenn der Schnee schmilzt. Man kann wieder so viel entdecken, man kann wieder schauen, wo ist der Schnee schon weg, bis wohin kommt man eigentlich, mit welchen Mitteln und so weiter. Da hat man dann auch die ein oder andere Überraschung dabei. Man weiß nicht ganz, worauf man sich einlässt, man nimmt sicherheitshalber ein bisschen mehr Ausrüstung mit und so weiter. Ich finde das einfach, das ist so eine neugierige Spielform des Bergsteigens, gerade so im Frühling. Natürlich ist es auch mehr oder weniger gefährlicher, wenn man an den falschen Orten unterwegs ist, aber an den richtigen Orten finde ich es wunderschön. Und vor allen Dingen, gerade wenn man zum Beispiel im Karwendel unterwegs ist, aber auch im Wettersteingebirge, da hat man jetzt schon die ersten Berge, die teilweise sogar relativ schneefrei zu besteigen sind. Und dann sieht man umher, vor allen Dingen auf den Nordseiten dann der anderen Berge, die vielen Schneemassen. Man merkt einfach dieses Kontrastprogramm zwischen wahnsinnig warm schon und richtig frühlingshaft und sommerlich, es blühen auf den Bergen teilweise bis 1600, 1700 Meter schon Blümchen. Die Leberblümchen blühen hier teilweise schon und die Krokusse. Und auf der anderen Seite sieht man aber noch diesen Winter, diesen Winterschlaf der Natur irgendwo auch. Und das macht für mich so ein bisschen die Spannung aus. Und deshalb möchte ich in den nächsten Tagen auch wieder vermehrt auf das Thema Frühling und vor allen Dingen auch Sicherheit im Frühling setzen. Ich möchte euch da auch etwas dazu zeigen. Ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Tour, aber das Ganze dann in Videoform und dann sollten wir definitiv mal auch so ein bisschen über so Frühlingstouren sprechen und wo es gut geht und wo es nicht so gut geht, gerade jetzt in dieser Übergangszeit. Denn die Übergangszeit, wie gesagt, ich finde sie wahnsinnig spannend, aber sie ist natürlich nicht ganz unproblematisch in puncto Sicherheit, in puncto Vorbereitung. Man sollte sich deutlich besser über seine Berge informieren, die man besteigen will. Man sollte sich deutlich besser umsehen und man kann auch das ein oder andere Tool wie Webcam Bilder und so dafür nutzen, dass man etwas sicherer unterwegs ist. Aber jedenfalls sollte nicht diese sommerliche Sicherheit, man sollte sich nicht so in eine sommerliche Sicherheit wiegen, dass man einfach losstarten kann mit minimalster Ausrüstung. Dann wird man nämlich wahrscheinlich erfolglos wieder von dannen ziehen oder sich im schlimmsten Fall auch noch irgendwie was antun. Also insofern, das alles ist natürlich ein bisschen komplexer jetzt gerade zur Zeit. Es wird noch ein paar Wochen dauern und dann haben wir die einfachen sommerlichen Verhältnisse. Da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich schon drauf. Auch darauf natürlich, weil man muss dazu sagen, natürlich ist es auch schön bedenkenlos, einfach im Mittelgebirge umherstreifen zu können, ohne dass man sich über Grudel und Steigeisen Gedanken machen muss. Das hat natürlich schon auch was. Das ist Komfort, das ist Luxus. Aber trotzdem, natürlich ist es auch spannend, wenn man nicht so ganz weiß, was auf einen zukommt. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich hoffe, euch geht es übrigens wunderbar und gut. Und ihr konntet die letzte Woche, die letzten zwei Wochen für etwas Schönes nutzen, für die ein oder andere schöne Tour. Egal, ob ihr im Hochgebirge unterwegs wart oder im Mittelgebirge oder irgendwo in den Voralpen oder den Alpenrändern. Und dann auch vielleicht in Deutschland einfach irgendwo unterwegs. Jedenfalls wünsche ich euch, dass ihr das schöne Wetter gut genutzt habt. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Tagen ein bisschen mehr begleitet hat. Das hat irgendwie gar keinen bestimmten Grund. Es gab dafür überhaupt keinen Anlass. Wir müssen heute über Prestige und Ruhm im Bergsport sprechen. Wir müssen heute über die Langeweile sprechen, die uns gleichzeitig so spannend machen soll, was ein Widerspruch in sich ist. Aber ich glaube, wir können diesen Widerspruch im Laufe des Podcasts ganz gut aufklären. Sprechen wir also über langweilige Modeberge. Wenn ein Modeberg wahnsinnig, wahnsinnig spannend ist, dann wäre er ja wahrscheinlich in sich geschlossen ein sehr schwieriger oder vielleicht auch ein sehr aufregender Berg. Denn nur dann würde er ja irgendwie wirklich spannend sein. Und diese Modeberge, die zeichnen sich aber meistens dadurch aus, dass sie relativ einfach sind, dass eine breite Masse auf sie steigen kann. Egal, ob das jetzt eine Hochtour ist, eine einfache Hochtour oder eine einfache Kletterei oder selbst auch nur eine einfache Wanderung. Jede Zielgruppe hat so ihre eigenen Modeberge und das ist auch gut so. Und sie sind vor allen Dingen immer, teilen sie sich diese eine Eigenschaft, sie sind relativ simpel. Und dadurch entstehen eben diese Modeberge, weil sie damit eine breitere Masse ansprechen können, aber sind dadurch ja auch eigentlich nicht mehr spannend. Ich lese immer wieder davon, dass es auch Modeberge gibt, die wahnsinnig spannend sind und die Touren darauf wahnsinnig toll und großartig und abwechslungsreich. Und da wird mit Adjektiven um sich geworfen, die ich allesamt nicht ganz so nachvollziehen kann. Gleichzeitig muss ich in den sozialen Medien beobachten, dass vor allen Dingen eben diese Modeberge, diese Großglockner, also diese Großglockner-Formate, sage ich jetzt mal, die ganzen Viertausender in den Alpen oder zumindest nur ein einzelner ausgewählte Viertausender, das Matterhorn, der Mont Blanc und so weiter, die bekommen in den sozialen Medien sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Reichweite. Und ich musste in diesem Zuge meiner Überlegungen, im Zuge meiner Überlegungen darüber nachdenken, wieso eigentlich diese Berge so viel Aufmerksamkeit bekommen und vor allen Dingen, wieso vermehrt Leute darüber posten, im Internet, aber auch darüber sprechen und sich das selbst dann so ein bisschen an die Wand tapizieren, dass sie jetzt auf dem Moblon waren, dass sie auf dem Matterhorn waren, dass sie auf dem Großglockner waren, auf der Zugspitze und so weiter. Das hat mir in gewisser Weise zu denken gegeben, weil es für mich eine Henne-Ei-Problematik aufgeworfen hat. Sind sehr viele Menschen, also das ist jetzt eine Frage an euch vielleicht auch, zum selber drüber nachdenken, sind sehr viele Menschen auf den Modebergen, auf diesen Klassikern unterwegs, weil so viele Menschen im Internet, die vielleicht auch eine große Reichweite haben, darüber posten? Oder gehen die Leute, die eine große Reichweite haben, auf die Modeberge, um darüber posten zu können, weil sie wissen, dass viele Leute genau diese Inhalte dann konsumieren werden? Ich weiß es persönlich nicht und ich glaube auch nicht, dass es darauf eine klare Antwort gibt, man wird das nicht herausfinden können in dem Sinne, aber gleichzeitig kann man eines feststellen. Es gibt eine gewisse Symbiose zwischen den Massen auf einem Berg und den Menschen, die von Massen abhängig sind und von Massen leben, also beispielsweise der Tourismussektor, aber natürlich auch die Influencer. Diese Symbiose zeichnet sich letztlich dadurch aus, dass ein Influencer, der auf einen Montblanc geht oder auf das Matterhorn steigt, damit eigentlich quasi schon seine 10.000, 20.000, 30.000 Aufrufe fix hat und nach oben hin kein Ende in Sicht ist und er damit auch seinen restlichen Inhalten eine große Reichweite bescheren kann. Das können auch Leute, die beispielsweise Instagram-Postings machen mit Fotos vom Matterhorn und so weiter. Also das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Man geht an Orte, die sehr viele Menschen sehr interessant finden, macht dann Bilder von ihnen oder macht Videos von der Tour, veröffentlicht diese und weiß, dadurch, dass sie schon sehr viele Leute interessant finden, kommen natürlich diese Massen dann auch auf diese Inhalte seines Bildern, seines Videos, seines Textes. Auf der anderen Seite sind diese vielen Menschen ja eigentlich auch dafür verantwortlich, dass dieser Berg damit dann eigentlich ja fast schon ein Alltagsberg wird. Natürlich nicht für den Einzelnen, das ist beim Individuum natürlich immer sehr unterschiedlich, aber ein Modeberg kann nur, wie ich es vorhin erwähnt habe, existieren, wenn er nicht hoch anspruchsvoll ist, keine extremen Schwierigkeitsgrade vorweist und so weiter, sondern alles sehr moderat ist und auch die größeren Schwierigkeiten zumindest noch mit einem Bergführer oder einer anderen Umgehung irgendwie umgangen werden können. Das alles zeichnet einen Modeberg aus, sonst wäre es ja letztlich nicht möglich, große Massen dorthin zu bewegen, beziehungsweise dann wären diese Bilder auch nicht möglich, dass sehr viele Menschen am Gipfel des Mont Blancs oder sonst wo stehen. Was mich jetzt in den letzten Tagen diesbezüglich konkret beschäftigt hat, war die Frage, ob es eigentlich nicht besser wäre, die Berge zu besuchen, die gar keine Aufmerksamkeit kriegen. Das Interessante ist, wenn man mit solchen Ideen mit Menschen spricht, die schon länger im Bergsport sind, die selber pure Alpinisten sind und vielleicht hier in Tirol und sonst wo alleine unterwegs sind oder mit ihrem Partner, wie auch immer, die werden einem dann immer sagen, dass man das bitte bloß lassen soll. Denn eines ist sicher, wenn man hier selber anfängt, dann öffentlichkeitswirksam unbekanntere Berge zu zeigen, dann wird sich das verschieben und die Leute bekommen die Lust dann darauf, dass sie auch auf diese Berge steigen und dann werden das auch Modeberge und so weiter. Ich glaube das persönlich überhaupt nicht. Ich glaube nur teilweise ist das richtig, also wenn Leute mit einer enormen Reichweite das auch richtig gut vermarkten und verkaufen können. Aber ansonsten sieht die Bergwelt, gerade zum Beispiel wenn man jetzt Tirol als eigenes kleines Mini-Ökosystem betrachtet, ja sehr gleich aus. Also wenn ich ein Bild poste, ohne dass man vielleicht gerade drunter schreibt, wo das ist, dann wird man oftmals gar nicht zuordnen können, auf was für einem Berg ich mich gerade befinde. Das bedeutet, dass auch gerade diese Influencer davon leben, dass sie auf einen Berg gehen, den sie dann in den Titel schreiben können oder ins Bild schreiben können, in den Untertitel schreiben können, wie auch immer. Weil das bringt ja dann letztlich eben diese Reichweite. Deshalb gehen die YouTuber und Instagram-Experten alle auf den Montblanc und auf das Matterhorn und auf die Zugspitze und auf den Großglockner und auf diverse andere Klassiker, sage ich jetzt mal. Einfach nur um diesen Namen hier auch in den Titel schreiben zu können und machen damit den Modeberg zu genau dem, was er ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum, und das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, warum gerade Menschen, die sehr viel Klassiker mit anderen teilen, als diese großartigen, guten und starken Alpinisten bezeichnet werden. Das ist für mich ja eine Frage, die ich mir schon öfter mal gestellt habe. Auch mir persönlich war das ein Anliegen, dass ich das etwas gerade rücke. Ich weiß noch, als ich vor einigen Jahren das erste Mal auf dem Großglockner war, da wurde mir in meinem Umfeld plötzlich zugeschrieben, dass ich ein viel, viel besserer Bergsteiger bin und ein Alpinist bin und ganz waghalsige, großartige Projekte mache und so weiter. Und ich war in diesem Moment wahnsinnig irritiert, als ich gemerkt habe, die Leute haben jetzt ein anderes Bild von mir als Alpinisten, weil ich auf dem Großglockner war. Und das ist eine ganz, ganz spannende Einstellung, die die Menschen dann da entwickeln, weil man sich selber eigentlich überhaupt nicht so identifizieren kann, sondern das einfach so umgehängt bekommt. Und ich mir selber immer dachte, ich habe doch schon viel, viel krassere Sachen gemacht. Ich habe doch schon viel, viel spannendere und tollere Berge, auch schönere, viel, viel schönere Berge und von denen viel, viel schöneren auch noch sehr viele in der Stückzahl gemacht. Wieso ist denn jetzt der Großglockner eigentlich das Ausschlaggebende, um mich sozusagen jetzt als Bergsteiger, als erfahrenen Bergsteiger wahrzunehmen? Und da musste ich in diesem Gedankengang dann noch ein bisschen weiter wühlen, weil ich eine Antwort darauf gesucht habe und ich habe eine mögliche Antwort dafür gefunden. Ich glaube, dass Menschen, die vielleicht in einer Disziplin selbst nicht sehr erfahren sind, oftmals natürlich diese Trends, diese Modebegriffe dafür nutzen, um irgendetwas einordnen zu können. Und wenn ich jetzt aber sage, keine Ahnung, ich war auf den hohen Villerspitzen oder sowas, dann, oder auf der hohen Villerspitze, dann können die Leute damit nichts anfangen. Die können das nicht einordnen, die haben keine Ahnung, was das bedeutet. Sie können danach googeln und das ist ein Berg und der sieht spitz und schwierig aus, aber man kann eigentlich damit überhaupt nichts anfangen. Und dann sagt man, ja, cool, interessant, schaut gut aus oder sonst was. Wenn man aber den Großglockner erwähnt, dann ist klar, oh wow, Großglockner oder Zugspitze. Und je nachdem, mit was für einem Milieu man sich herumtreibt und mit was für Leuten man sich umgibt, wird das eben mehr oder weniger geschätzt. Denn jemand, der selber schon auf den hohen Villerspitzen war und selber auch schon auf dem Großglockner, der wird die alpinistische Leistung hinter einer Großglockner-Besteigung über den Normalweg oder über den Stüdelgarten nicht schätzen. Beziehungsweise wird das jetzt nicht als große Leistung anerkennen können, weil man hat ja selber schon viel krassere Sachen gemacht. Auch die Person, mit der man gerade spricht, die kann das viel besser einordnen. Wenn man aber mit Wanderern spricht und mit Leuten, die vielleicht einfach noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, die kein gutes Bild von anderweitigen, coolen Projekten in den Ostalpen haben, dann wird man natürlich sehr viel Begeisterung, sehr viel Zustimmung, sehr viel Zuspruch erhalten. Dass das großartig ist, dass das toll ist und dass man jetzt tatsächlich ein Alpinist ist und sich auch so nennen und schimpfen darf, sage ich jetzt mal. Und das ist eine interessante Feststellung meiner Meinung nach gewesen, denn die Influencer nutzen genau das aus oder die Menschen, die sich eben mit so Modebergen profilieren wollen, das müssen ja nicht immer Influencer in dem Sinne sein, können ja auch einfach Leute sein, die viele Follower irgendwo haben und sich gerne präsentieren wollen. Die nutzen das natürlich dann sehr gut aus und sagen, wenn sie auf diesen Berg gehen und dann Fotos posten, dann werden sehr viele Leute, die einfach gar keine Ahnung von der Thematik haben oder die das nur so halbwegs einschätzen können, die werden das dann feiern und da werden sie dann als Held und als Alpinist gefeiert und so weiter und dann wird gleich gefragt, bist du denn ein Bergführer und kannst du das und so weiter. Und das ist fast schon niedlich absurd, dass dieses Spiel so gut gespielt werden kann. Denn beide Parteien spielen mit der eine, der Narzisst, der sich natürlich irgendwie profilieren will und darstellen will und deshalb auf diesen Berg gegangen ist und deshalb diese Fotos gepostet hat und vielleicht auch irgendwelche dramatischen Videos gemacht hat mit lauter Musik und Dramamusik und Hans Zimmer und was weiß ich noch nicht alles. Und auf der anderen Seite wird dieses Spiel aber mitgespielt durch diese Irrelevanz auf der anderen Seite, die diese Menschen gegenüber solchen Bergen überhaupt hegen. Also ja, da wird halt quasi sich gedacht so, boah, ja, cool, Großklackner, damit kann ich was anfangen, da muss ich nicht lange googeln. Aber dadurch, dass es keinen Vergleich gibt, weil man sich eben mit anderen Bergen nicht auseinandersetzt, gibt es dann halt auch einfach, ja, dann denkt man sich halt Großklackner klingt groß, klingt nach Glockner. Das ist sicher hart und so weiter und der sieht ja unfassbar aus und dann ist das quasi der Held. Das heißt, auf der einen Seite nutzen natürlich die Leute, die Narzissten, die nutzen natürlich die Unwissenheit auf der einen Seite aus und die anderen, die spielen mit, weil es ihnen eigentlich auch egal ist und weil sie das einfach, weil sie das, was sie einordnen können, das nehmen sie natürlich her, also einen Großklackner oder einen Matterhorn oder einen Moblant und der Rest, der wird halt einfach, da gibt es halt dann keine Wertung, keinen Vergleich, aber man sagt, das ist eine wahnsinnig großartige Leistung. Und jetzt möchte ich nicht so klingen, als wäre das keine großartige Leistung. Ich möchte nur eine Feststellung machen, nämlich, dass Leute, die sich gerne als Alpinisten verkaufen im Internet, definitiv gerne den Anschein machen, als würden ihre Modeberge, ihre langweiligen Modeberge und ihre Modebergsbesteigungen irgendeinen Aspekt ihres Alpinistentums ausmachen können. Also die glauben letztlich wirklich, dass die Besteigung des Großklackners eben sie zu dem Alpinisten macht und die Besteigung des Matterhorns und die Besteigung des Moblants. Und da sehe ich mich irgendwie in einer so ganz, ganz komischen Rolle, denn ich persönlich mag diese Berge, ja, mehr oder weniger. Ich gehe auf die meisten von denen, weil meine Partnerin sie halt schön findet beispielsweise oder weil jemand anders mich fragt, ob ich mitgehen möchte und so weiter. Aber aus eigenen Stücken heraus würde ich wahrscheinlich keinen dieser Berge jemals besteigen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das einfach nicht so spannend finde, weil ich persönlich, und das ist nur eine ganz, ganz persönliche Meinung, auf diesen Bergen stehe und sehe, da gibt es eine ausgetretene Autobahnspur vom Gletscheranfang bis zum Gipfel. Und das ist einfach so eine richtige Autobahn zwischen München und Nürnberg und da geistern halt hunderte Leute rum, ebenso quasi auch wie auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg. Und man muss sich da im Prinzip nur einreihen und wirf Schienen bis zum Gipfel gehen und dann ist man fertig, dann ist man oben angekommen und dann geht man eben wieder zurück. Und auch die komplexesten Gletscherlabyrinthe werden damit komplett langweilig, denn es gibt ja diese Spur, die durchführt und das ist ja so verrückt, selbst wenn man nach einem Winter, wirklich nach dem Winter, wenn der Sommer kommt und dann die ersten Hochtouren gemacht werden, da sind noch die Spuren zu sehen von den Skitourengehern und so weiter. Also es erholt sich auch nie, es gibt nie wieder dieses Neue zu entdecken, dass man irgendwie einen Weg durch ein Spaltenlabyrinth suchen muss und so weiter und sich überlegen muss, was ist jetzt der schlauste Weg, um durch ein Labyrinth durchzukommen und so. Also das gibt es alles nicht mehr. Das kommt eben dadurch, dass diese Berge Modeberge sind und die Normalwege eben täglich besucht werden. Und das ist ja gar kein Vorwurf, also weder an die Leute, die hochgehen, noch an den Berg selber. Es geht einfach nur vielmehr darum, dass das Bergsteigen auf diesen Bergen für mich keinen Reiz hat, keine Spannung mit sich bringt. Ich muss nicht mehr denken, ich gehe einfach nur noch wie auf Schienen da hoch, bis ich oben bin und dann gehe ich auf den Schienen wieder runter. Und genau dieser Reiz ist es, den ich so spannend finde, beispielsweise im Karwendel, wo sich einfach jedes Jahr nach dem Winter so viel verändert, so viel tut, dass manche Berge einfach in ihren Aufstiegswegen gar nicht mehr erkennbar sind, weil der Winter eben so viel Material abgetragen hat, da sind Lawinen abgegangen, da kam dann ein Stück vom Weg weg und der Schotter, der sich jedes Jahr ablöst, der sorgt dafür, dass man sehr oft Orientierungsschwierigkeiten hat. Man kann oftmals nicht einschätzen, wie steil ist ein Gelände, wie schwer ist das zu klettern, wie brüchig ist es. Alles ist immer so ein bisschen ein Rätsel und man hat eine Herausforderung und man darf nicht einfach auf Autopilot schalten und einfach loslegen. Das funktioniert im Karwendel zum Beispiel ganz, ganz schlecht und nur auf ganz wenigen Bergen. Aber gerade bei den Hochtouren muss ich sagen, da ist es schon richtig, richtig schwierig, wenn man da nicht nach einem Neuschneefall dann irgendwo auf einem sehr, sehr unbekannten Gletscher unterwegs ist, dann wird man eigentlich in der Regel keine Herausforderung mehr haben, einen Gletscher zu betreten, denn die Spur ist gelegt und die wird je nach Berg und je nach Höhe am 1. Juni oder am 15. Juni gelegt und die ist dann eingemeißelt, bis der Sommer wieder vorbei ist. Und ja, hin und wieder ändert sie sich natürlich, weil da vielleicht irgendwo eine Schneebrücke eingestürzt ist, da verändert sich die Spur wieder ein bisschen, aber im Grunde genommen, da tut sich nicht mehr viel. Und genau das haben all diese Modeberge gemeinsam und da finde ich es immer sehr faszinierend, oder ja, faszinierend ist schon eigentlich das richtige Wort, wenn ich dann beobachte, dass die größten Alpinisten des Internets, die Internet-Alpinisten quasi, sind dann die, die auf dem Dom, auf der Dufour-Spitze, auf dem Mont Blanc, auf dem Großglockner, auf dem Wiesbachhorn, auf dem, ja gut, Wiesbachhorn ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber auf dem, auf der Wildspitze waren, wo ich mir persönlich denke, das ist doch keine alpinistische Leistung. Das ist eine Ausdauerleistung, das ist eine sportliche Leistung, aber das hat ja mit Alpinismus nichts zu tun. Man muss sich nicht mit dem Berg auseinandersetzen, man muss nicht klettern können und ich meine das überhaupt nicht überheblich. Ich gehe ja selber auch auf diese Berge und sie sind ja auch schön und die Umgebung ist schön, aber was mich so ein bisschen stört oder was ich so ein bisschen interessant finde, ist wie diese Dinge dann verkauft werden. Sie werden verkauft als großartige Touren, weil die Leute, die das eben nicht nachvollziehen können und nicht beurteilen können, das als großartige Tour und als großartige alpinistische Leistung betrachten. Und ich weiß, das hört sich immer so an, als würde ich jetzt irgendwie den Leuten den Erfolg nicht gönnen oder so, dass sie auf dem Großglockner waren, darauf will ich überhaupt nicht hinaus. Nochmal, also das will ich jetzt wirklich betonen, darum geht es mir gar nicht. Ich finde es einfach nur wahnsinnig interessant, wie diese Dinge verkauft werden, wie diese Dinge an den Mann gebracht werden. Und da sehe ich so ein bisschen ein Problem auch mit Heuchelei, würde ich fast sagen, denn natürlich ist es heuchlerisch zu behaupten oder sich so zu inszenieren, als wäre man der großartigste Alpinist oder generell ein wahnsinniger Könner im Alpinismus. Aber gleichzeitig geht man eben über die Normalwege, über XY auf den Berg. Ich finde das irgendwie irritierend, dass man glaubt, dass man den Leuten das so umhängen kann. Und noch viel irritierender finde ich, dass es funktioniert. Wie dem auch sei, ich glaube, meine Beweggründe für das Bergsteigen sind etwas andere. Und ich glaube, ich bin ein sehr untypischer, ich weiß nicht, ich kann mich nicht Influencer nennen, ich kann mich mit dem Wort überhaupt nicht identifizieren, deshalb sage ich jetzt einfach mal Person des öffentlichen Lebens. Ich glaube, ich bin eine sehr untypische Person des öffentlichen Lebens im Alpinismus, denn ich identifiziere mich überhaupt nicht über solche Normalwegberge und überhaupt nicht über irgendwelche Berge. Ich zeige jetzt auch nicht meine spektakulärsten Touren, wenn ich auf den Großglockner oder auf sonstige Modeberge gehe, weil ich einfach auch das Gefühl habe, dass das keine große alpinistische Leistung ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jede große alpinistische Leistung, wenn man denn eine vollbringt, auch irgendwie dokumentieren muss und herzeigen muss und irgendwie verwerten muss. Aber gleichzeitig ist es auch ein komisches Signal, finde ich, für mich persönlich, wenn ich überlege, dass die Modeberge einfach 10, 20, 30 Mal so gut geklickt werden oder genauso 30 Mal so viele Likes bekommen bei Instagram und Co. und Facebook und was weiß ich, weil im Gegensatz zu den richtig harten, richtig krassen alpinistischen Projekten, die es auf der Welt ja gibt, die teilweise extrem schwer sind, teilweise extrem gefährlich. Es gibt wahnsinnige Kletterprojekte, wahnsinnige Mixedprojekte, wahnsinnige Hochtourprojekte und so weiter. Und ich finde, da gibt es eine gewisse Schieflage und diese Wahrnehmungsstörung für die Schwierigkeit und die Besonderheit einer Route, ich finde, das ist etwas, darüber sollte man mal nachdenken. Ich finde, wir sollten uns vielmehr wieder darauf konzentrieren, dass es Menschen gibt, die wahnsinnig tolle Leistungen erbringen und das nicht so an die große Glocke hängen. Ich finde auch, dass man nicht jeden Scheiß auf die große Glocke hängen muss. Ich glaube, dass viel inszeniert ist. Ich glaube, dass viel Drama auch künstlich aufgebauscht wird, auch in Videos, auch auf Postings, auch bei Bildern. Und das alles muss meiner Meinung nach nicht sein. Ich kann mich nur davon distanzieren, einen Großglockner als große alpinistische Leistung zu verkaufen oder das auch als große alpinistische Leistung zu betrachten. Damit möchte ich eine Besteigung des Großglockners ja nicht entwerten, aber ich möchte eben gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass die wirklich großen, schwierigen Projekte der Alpen oder auch egal wo auf der Welt dadurch entwertet werden oder irgendwie in eine Schieflage rutschen, in eine Wahrnehmungsschieflage rutschen, indem ich auch sie auf dieselbe Stufe setze wie den Normalweg des Großglockners, die Autobahn auf den Mont Blanc hoch oder die Autobahn auf den Dom. Warum? Ich finde, man sollte hier eine Abstufung machen und ich finde, der Großglockner und diese ganzen Normalwege auf die Berge, die werden eben falsch dargestellt und dadurch werden sie auch falsch eingeordnet. Nein, es ist nicht das Gleiche, ob man über den Normalweg, über die Goutierhütte auf den Mont Blanc wandert oder ob man über den Walker-Pfeiler auf die Grand Jean Rasse klettert. Das ist nicht das Gleiche. Und wer das eine und das andere als alpinistische Leistung betitelt, der entwertet eigentlich die Leistung der Person, die es schafft, über den Walker-Pfeiler auf die Grand Jean Rasse zu klettern. Denn das ist tatsächlich eine der größten alpinistischen Leistungen, die es in den Alpen überhaupt zu absolvieren gibt, zumindest von denen, die wir kennen und die heute noch machbar sind. Damit ist der Mont Blanc-Normalweg natürlich entwertet, aber nur aufgrund der Tatsache, dass er zuvor überbewertet war, dass er zuvor völlig falsch eingeordnet war. Und ja, ich glaube schon, dass es in unserer Gesellschaft wichtig ist, den Dingen eine Kategorie zuzuschreiben, den Dingen eine Ordnung zuzuschreiben und sie richtig einzuordnen, damit wir alle auch wissen, wovon wir reden. Denn mit Kleinigkeiten, also quasi aus Scheiße Geld machen, das ist natürlich legitim und das macht wahrscheinlich auch der ein oder andere, aber gleichzeitig, finde ich, ist es nicht unbedingt notwendig, das auch noch so wertzuschätzen und den Leuten dann auch das Geld in den Arsch zu schieben oder die Aufmerksamkeit, die letztlich eben monetarisiert wird. Deshalb, ich möchte den Leuten nicht ihre Triumphe über den Großglockner und den Mont Blanc und den, was weiß ich, Kilimanjaro nehmen, überhaupt nicht. Ich möchte Ihnen eigentlich nur mitgeben, dass dieses künstliche Inszenieren sehr, sehr schädlich und gefährlich für den Alpinismus ist. Das, was die Menschen auf YouTube, auf Instagram oder Facebook tun, ist gefährlich für das Bild, das man von Alpinisten haben kann. Natürlich sind sie mit ihren Inszenierungen erfolgreich und natürlich können sie mit den Bildern, die sie produzieren und mit der Musik, die sie dahinter legen und mit den Kommentaren, die sie abgeben, eine Darstellung liefern, die spektakulär ist. Vielleicht aber auch einfach viel, viel spektakulärer als das eigentliche Ziel selbst. Vielleicht viel, viel spektakulärer und dramatischer, als der Berg eigentlich ist. Und auf der anderen Seite kennt man immer wieder den Vorwurf, dass solche Berge, gerade die Modeberge, nicht weiter dokumentiert werden sollten, weil sie eh schon so unfassbar viel Zulauf haben und ein großer Andrang besteht. Aber das, glaube ich, ist deutlich, deutlich seltener der Fall. Ich glaube, es passiert bei uns in den, ich sage jetzt mal, im sozialen Medienbereich viel häufiger, dass etwas viel heißer verkauft wird, als es letztlich ist, als umgekehrt. Ich kenne niemanden, der die Eiger-Nordwand beklettert ist und dann kurz ein paar Fotos gepostet hat und gesagt hat, naja, kann man machen, ist eigentlich, ist schon hart, aber geht eigentlich. Davon gibt es sehr viel weniger, auch weil sowas gesellschaftlich heute nicht mehr so akzeptiert ist. Dieses Posing oder diese Selbstdarsteller in dieser Form, dass sie harte Dinge abwerten, das ist heute nicht mehr sehr sympathisch, damit kommt man nicht gut an. Lieber baut man heute Kleinigkeiten zu einer großen Sensation auf. Ich meine, wem will man das vorwerfen, das hat man von den Medien gelernt. Ich meine, sowas, solche Prinzipien, dass man Kleinigkeiten zur Sensation macht, das hat ja quasi die Bild-Zeitung erfunden. In diesem Sinne ist es ja auch nicht verwunderlich, dass die Gesellschaft diesen Weg irgendwann übernimmt, vor allen Dingen eben Narzissten und Selbstdarsteller. Wer auch immer das jetzt ist und wer sich damit angesprochen fühlt, das bleibt jedem letztlich selber überlassen. Mir ist es egal, ich habe da keinen einzigen Namen persönlich im Kopf, aber immer wieder sehe ich solche Phänomene und solche Exemplare, unter Anführungszeichen, bei Social Media. Und da frage ich mich dann schon, was will man eigentlich damit wirklich erreichen? Geht es einem nur um die Klicks und geht es einem nur darum, dass man irgendwie wirklich so viel wie möglich damit erreicht? Oder geht es am Ende des Tages doch auch sehr stark um Selbstdarstellung und Narzissmus? Und das sind zwei Eigenschaften, die ich persönlich absolut unsympathisch finde und nicht leiden kann. Und genau darauf will ich am Ende des Tages hier mit dieser Episode ja auch hinaus, indem ich sage, Berge, gerade die Modeberge, werden sehr oft viel heißer gekocht, als sie gegessen werden. Damit möchte ich die Normalwege nicht entwerten, aber ich möchte zumindest die Bewertung, die indirekt durch die Darstellung publiziert wird, in ein etwas korrekteres Licht rücken. Und vor allen Dingen möchte ich aber dafür sorgen, dass die wirklich, wirklich spannenden und großen Projekte der Alpen nicht so unterschätzt werden. Denn wenn ich etwas Leichtes aufwerte, auf dieselbe Stufe wie etwas Schweres, dann werte ich automatisch damit das Schwere ab. Und das ist letztlich vielleicht sogar ein bisschen gefährlich. Gefährlich. In diesem Sinne, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Thema an kontakt.alpenacademy.at oder schreibt es mir auch gerne in die Kommentare bei YouTube unter dem Podcast. Ich diskutiere gerne mit euch, ich lese selbstverständlich alles, ich antworte auch auf vieles, gerade wenn ihr auch Fragen und so weiter habt. Und wenn ihr diskutieren wollt und sachlich diskutieren wollt, meldet euch dazu eben gerne. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer, ihr kennt es, eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal.